Wer was wo sagen darf, wer Hatespeech, wer die Wahrheit, wer die Wahrheit, wer die Wahrheit, wer die Wahrheit spricht, wer gut ist, wer Gesetze bricht, wer böse ist und wer brav. Wenn euch dann einer stört, wenn wer sich gerade macht, dann wird er zwar verlacht, doch heimlich abgeholt. Wer euch bekämpft, ist schlecht, den fürchtet ihr Verzagten. Ich will euch eines sagen, ihr fürchtet uns zurecht. Bei wem habt ihr gespannt, aus Autos abfotografiert, wessen Hausmüll habt ihr grad studiert, als quer durch unser Land. Der Terror nach Paris, nach Brüssel und nach Nizza fuhr und seine schwarze Todesspur in Deutschland hinterließ. Wen schützt ihr hier vor wem, als Silvester freche Schweine, uns zwischen unsere Beine packen, wo war das System? Fragt euch mal, was das soll, was eure Überwachung nützt, wenn ihr zwar die Verfassung schützt, doch nicht mehr euer Volk. Wir wollen gar nicht viel, keinen Bürgerkrieg, wir schießen, nicht auf euch Blut vergießen, das ist nicht unser Stil. Doch eins, das merkt euch bloß, solltet ihr nicht aufhören, unsere Heimat zu zerstören, werdet ihr uns nicht los. Beobachtet uns nur, belauscht unsere Gespräche, bleibt stets in unserer Nähe, wir haben keine Angst. Denn eine Sache ist, für euch nicht einzusehen, ihr werdet's nicht verstehen. Ich bin kein Idealist. Deshalb kaufen sie Kriegsanleihen. Naja, oder ihr spendet einfach bei PayPal. Ja, oder so. Macht doch, was ihr wollt.